Auf unserer Erde gibt es so viele Länder und Orte zu sehen, dass man oft gar nicht weiß, wo man seinen Urlaub verbringen soll. Viele zieht es mittlerweile an sonnigeren Orten und fern der Heimat und der Palmen die Tage zu verbringen. Daher fliehen Sonnenhungrige vor der Winter gelte. Eines der beliebtesten Reiseziele ist mittlerweile Sri Lanka geworden. Der Bürgerkrieg in Sri Lanka ist seit Mai 2009 nach 26 Jahren endlich beendet. Die Insel ist friedlich und man kann dort ungestört die Ferien verbringen. Die Insel Sri Lanka liegt circa 10 Flugstunden von Russland entfernt, mitten im Indischen Ozean, südöstlich vom Subkontinent Indien. Reisezeit ist das ganze Jahr. Es gibt keine Jahreszeiten wie in Europa. Das ganze Jahr über sind Temperaturen um die 30 Grad Celsius zu erwarten. Die Wassertemperaturen des Indischen Ozeans liegen durchweg bei 27 bis 29 Grad Celsius. An der West- und Südküste herrscht das ganze Jahr tropisches Klima. Das Paradies Sri Lanka bietet nicht nur Palmen umsäumte Sandstrände. Die grüne Insel bietet viel mehr. 2500 Jahre Geschichte, eine große Kultur, Naturschonheiten, einmalige Vegetation der Tropen, Alpine Flora im Bergland, Tierplantagen, sanfte Berghänge, unzählige Reisfelder und vieles mehr. Zu allem kommt die überwältigende Gastfreundschaft der Menschen auf der Insel. Diese Vielfalt macht die Perle im Indischen Ozean zum idealen Reiseziel, wo der Fremde fast jeden Tag neue Überraschungen sehen und erleben kann.